Herzlich willkommen beim TIA Selection Tool von Siemens. Sie kennen das sicherlich. Schaltgeräte und Leitungen für motorische Lasten zu dimensionieren, kann kompliziert und langwierig sein. Diesen Aufwand können Sie sich jetzt sparen. Unser neuer Abzweigkonfigurator Plus für IEC-Kombinationen macht das jetzt in 30 Sekunden. Wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt. Öffnen Sie dazu das TIA Selection Tool und wechseln Sie in die Projektansicht. Unter Neues Gerät – Industrielle Schalttechnik finden Sie den Abzweigkonfigurator Plus für IEC. Wählen Sie hier die Motorleistung und wechseln Sie zu den Schaltgeräten. Mit einem Klick auf den Button Berechnen erhalten Sie die passenden Schaltgeräte-Kombinationen sowie die benötigten Leitungsquerschnitte für Ihren Motor. Fertig!